So Damit haben wir halt den ersten Skeleton Wie gesagt, es kann gut nach hinten losgehen Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so wirklich richtig der Freund von den Skeletons Aber die haben halt geringe Reichweite, haben Nahkampf und die sind halt schwach Ich bin auch nicht mehr 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 So Das war's Ich Ich werde jetzt auch folgendes machen Ich meine ich habe ja auch die Aufnahmen hier noch Die Aufnahme Ich hab ja auch noch ein Speed Upgrade was ich machen muss Okay, bis ich das habe Werde ich dann Erstmal verweilen Weil das reicht nämlich gerade so aus das Gold was da drin ist In der Goldmine Um halt genau das halt Erfortzurufen Wenn irgendeiner Es wirklich auf die Idee kommt Dort hoch zu wandern Was ich jetzt nicht glaube, das sieht eher so aus als würden die hier nach Zu der Brücke halt gehen Zu der Brücke halt gehen Ich binkeeping Nööööoh Ja Ich brauche dass sie dort Und ich hab noch nichts aus Upgrades So schicke Skeletons sind sie vor Wie gesagt, Skeletons an sich sind halt keine wirklich starken Kämpfer Und die Necrolyten werden allerdings später im... Im späteren Verlauf jedoch sehr nützlich Sobald man dann halt solche Geschichten wie zum Beispiel die Ähm Um Ja, ihr solltet den da angreifen Hm Einmal mit Profis Ähm Ja, der Necrolyte ist halt auch hin Aber es war jetzt mehr so eine Demonstration Wie halt die Necrolyten überhaupt funktionieren Ähm Und ja Auf jeden Fall, es funktioniert Nicht wirklich sonderlich gut, aber es funktioniert Ah Ach Also Kledekakris mit den beraten geholzen Das Blöde ist bloß, ich hab im Moment nicht so gerichtet das Goldeinkommen dafür. Das Blöde ist bloß, ich hab im Moment nicht so gerichtet das Goldeinkommen. Das Blöde ist bloß, ich hab im Moment nicht so gerichtet das Goldeinkommen. Aber ich denke mal die 1050 Holz, das dürfte eigentlich lang. Ich werde auch nicht wirklich Geld auf die Necrolyten verschwenden. Macht es meiner Sicht einfach zu wenig Sinn. Das Blöde ist bloß, ich hab im Moment nicht so gerichtet das Goldeinkommen. So. Eigentlich ist das Wichtigste, dass ich jetzt erst mal die Baracke erst mal down krieg. Jetzt werde ich erst mal 3 benutzen. So. Oh, jetzt habe ich erst 10 gedrückt, ne? Ja, das ist... Nicht wundern, dass das da unten jetzt hier... Ich weiß nämlich nicht, wie sich das dann verhält. Stop fucking me! Stop fucking me! Five last, Luke. Oh, no. No time. Stop. 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 Marklozen. Das war's für heute. Und genau aus dem Grund möchte ich jetzt die Baracke erstmal downarmen. Einfach nur damit er dann keine weiteren Einheiten da produziert. So, hier geht er auch mal hin.